Hallo Leute willkommen zu einer Runde Kursge auf dem Apport Sarim und zwar Leute habe ich ein kleines Thema am Start und zwar geht es darum dass ich hier anscheinend mal in einem Video gelegt haben sollte ich kann euch das Video mal verlinken wo ich anscheinend Invis usen würde was natürlich nicht stimmt was ich natürlich nie machen würde aber trotzdem ein paar behauptet haben und den haben wir nice by the way ein Gegner ist hinter mir nice den haben wir ähm und ich weiß im Moment nicht ob ich jetzt den dritten Tag oder den zweiten Tag Videos machen sollte im Moment mache ich gerade jeden zweiten Tag glaube ich Videos ich hoffe euch gefällt das und ja weiß nicht und in dem Video sollte ich ja so komische Hits geben am Out of Cross her doch da kann ich dazu kann ich sagen das waren einfach nur verzögerte Hits die man eindeutig sieht die man auf Gomm einfach auch bekommt nice den haben wir richtig gut bekommen ich spiele aber übrigens gerade mit der GUI normal damit es irgendwie ein bisschen besser gefällt weiß nicht warum da die Items da ein bisschen besser ausschauen in der Hotbar und da könnte ich clean das mache ich jetzt auch gleich mal ich hab auch by the way irgendwie das mit so Swap Bow an weil ich mir dachte das sieht eigentlich ganz cool aus den spammen wir jetzt einfach weil der ist das Wegrendokent haben wir nice by the way ihr könnt gerne mal eine Positätung da lassen wenn ihr Skywars sehen wollt ich wollte heute schon fast Skywars aufnehmen doch dann dachte ich mir ne komm lassen wir heute noch eine Runde Kurski machen weil irgendwie Kurski besser ist aber Skywars finde ich natürlich auch nicht so schlecht deshalb dachte ich mir einmal Skywars kann ich auch mal bringen natürlich nur wenn ihr das wollt also lasst gerne mal eine positive Wertung da und dann sind wir im Deathmatch zwei Gegner der passt nicht auf den können wir holen okay das ist AFK nice und dann lebt noch Froschgurke HD der wird wohl auch nicht so scheiße sein so den fisten wir jetzt so dann haben wir gefistet noch am Ende dann würde ich sagen Leute lasst ne Positätung da dann Leute ciao bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal